Boah, nicht schon wieder Corona. Doch, ihr hört jetzt mal zu. Doch, wieder. Ich hoffe das letzte Mal. Duisburg ist jetzt mit einem Inzidenzwert von weit unter 35. Wisst ihr, was das heißt? Wir haben gar keine Zugangsbeschränkung mehr. Vor kurzem habe ich gesagt, wir haben schon keine Schlangen mehr vor der Tür. Im Geschäft natürlich jede Menge, gar keine Frage. Aber wir haben jetzt gar keine Zugangsbegrenzung. Das heißt, ihr dürft euch jetzt ein bisschen länger aufhalten. Ihr dürft jetzt bummeln können. Ihr könnt jetzt die Familie wieder mitbringen. Ihr dürft draußen auf dem Teichhof die Hühner füttern. Oder die Papageienanlage könnt ihr betreten und die Papageien füttern außerhand. Das ist doch mal was. Da meine ich, da musste ich noch mal was sagen zu Corona. Das ist doch alles spannend. Wir müssen natürlich alle weiter ein bisschen Abstand halten, die Maske aufsetzen. Aber da haben wir uns ja gewöhnt. Und alles andere ist jetzt viel, viel besser. Ich sehe euch die nächsten Tage. Jetzt dürft ihr alle kommen.